Die historische Zeitschrift ist eine alle zwei Monate erscheinende deutschsprachige Fachzeitschrift für die Geschichtswissenschaft allgemein mit besonderer Berücksichtigung methodologischer und wissenschaftsgeschichtlicher Aspekte. Die HZ wird derzeit von Hartmut Lepin und Andreas Fahmeier herausgegeben, Jürgen Müller und Eckart Treichel sind Mitherausgeber. Zum wissenschaftlichen Beirat der HZ gehören Johannes Friedberg, Kundrus, Werner Plumpe, Frank Rexroth, Andreas Röder, Karl UBL, Uwe Walter und Gerrit Walter. Geschichte Als Vorläufer der historischen Zeitschrift als allgemein historisches wissenschaftliches Organ gelten die historisch-politische Zeitschrift Leopold. Von Rankes von 1832 bis 1836 sowie insbesondere die 1844 bis 1848 von Wilhelm Adolf Schmidt herausgegebene Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Die historische Zeitschrift wurde im Jahre 1859 von Heinrich von Siebel begründet. In der Frühphase bis zum Ende des Ersten Weltkrieges war sie ein Organ mit vorwiegend protestantisch-konfessioneller Ausrichtung im preußischen Sinne, das also den preußischen Führungsanspruch des Deutschen Reichs vertrat. Daher waren katholische Autoren selten vertreten. In der Zeit, die als Kulturkampf bezeichnet wird, kamen nicht selten Angriffe auf die katholische Geschichtsauffassung besonders im Zusammenhang mit Martin Luther und dem Protestantismus vor. Umgekehrt veröffentlichte die katholische Publizistik Zeitschriften politisch-historischen Inhalts mit deutlich anti-preußischer Tendenz. So die historisch-politischen Blätter für das katholische Deutschland und das historische Jahrbuch. Heute ist der konfessionelle Gesichtspunkt bedeutungslos geworden. Zu den Autoren der historischen Zeitschrift zählte eine Reihe von berühmten Gelehrten, beispielsweise Heinrich von Treitschke, Heinrich von Siebel selbst, Hermann Baumgarten, Friedrich Meinecke, Wilhelm Maurenbrecher, Georg Vogt, Alfred Heuss und Johann Gustav Dreusen. Herausgeber der historischen Zeitschrift waren nach Heinrich von Siebel, Heinrich von Treitschke, Friedrich Meinecke, Karl Alexander von Müller, Ludwig D. Michio Walter-Kinest, Theodor Schieder, Theodor Schiefer und Lothar Gall. Am 3. März 2009 wurde der 150. Geburtstag der historischen Zeitschrift in der Kaulbach-Villa des Historischen Kollegen in München mit einer kurzen Präsentation der Redaktion gefeiert. Themengebiete Neben Aufsätzen, besonders zu neuzeitlichen Themen, aber auch zur Geschichte des Altertums und des Mittelalters, erscheint schon seit ihrer Gründung ein umfangreicher Rezensionstall zu Neuerscheinungen der geschichtswissenschaftlichen Literatur, der die Ur- und Frühgeschichte, das Altertum, das Mittelalter, die frühe Neuzeit und die neuere und neueste Geschichte berücksichtigt. Die historische Zeitschrift gilt in der deutschen Geschichtswissenschaft nach wie vor als die führende Geschichtszeitschrift. Die Verfasser der Aufsätze sind anders als bei anderen Fachzeitschriften in der Regel bereits etablierte Forscher und normalerweise zumindest stabilitiert. Siehe auch Liste bedeutender historischer Fachzeitschriften Geschichte der Geschichtswissenschaft Die Wirklichkeit Untertitelung des ZDF, 2020